ARD Text im Auftrag von Funk Sagt Bescheid, wenn ihr meine Halben baut Irgendwie eine Weltkicker, spottet uns Ah, ich hasse Kassner Gib mal eine Spritze Hä? Siehst du, siehst du irgendwie bei mir irgendwie... Ist das immer Drums? Ne, ich bin Drums Wo? Das kann ein normaler Brunner sein Irgendwo ist ne Leiche Ja, muss bestimmt Welche von einer Seite Vielleicht liegt die in der Leiche zufälligerweise oder so, keine Ahnung Alle Hast du sie? Ja Geil Aber zu spät Geil, sie wisse ist Stellt schon, was er stört? Ja Kachanka auch noch irgendwo Oh Oh Ja Ja, ich hab ihn gesehen Ist er immer noch da? Ja, in der Ecke Ne, es hat sich kurz bewegt Nach links aber 15 Sekunden remaining Ich weiß Eigentlich ja fast in letzter Sekunde Ja, das war geplant Ha, voll abgelenkt, Alter mit meinem Dorffeuer, die Fotze Was ist das für ein Scheiß-Game? Was ist das für ein Scheiß-Game? Was ist das für ein Scheiß-Game? Hast du den Headshot gesehen? Nö Sade Äh Ups Was, durch die Kante? Der Jesus Das ist jetzt mit einem A Okay, einer ist ein A Desion ist ein A Es wird raus Ich weiß nicht woher er in der Nähe ist Ah, letzter ist ein anderer Bomber Nein Vor mir, vor mir, vor mir Mann Whoa Geil Alter! Geht mir die Pumpe! Ich dachte mir, als der Diffuser zum zweiten Mal gedroppt wurde durch unseren Mate auf der Treppe, dachte ich mir, Alter, wir können jetzt eigentlich aufgeben. Aber auch wirklich so. Jäger downstairs, Puls, also. Was für eine Bestie! Wow! Nice one! Clap! Also, das war Bestie im Modus. Wir sind ein gut eingespieltes Team. Ich würde was sagen, machen wir da. Ey, das ist doch schon streamers! Was? Was? Ach, das ist gerade so. Ich rede dich nach Tausend. Warum ist der nicht reinforced? Wo ist der nicht? Da ist nicht reinforced! Ich bin Aktivkeit in Construction. Da ist nicht reinforced! Wisst ihr, was das bedeutet? Ah! Construction Maverick! Construction Maverick! Aua! Alter, haben wir überhaupt Reinforcements?! Nein! Keine Operation! Ash ist schon unten! Ich bin sicher! Da hab ich ordentlich famed! Ja, von... Einfach durchgeballert von Lesion... Äh... Nein! Scheiß, bin down! Constructionside! Ah! 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 Von wo? Sie wieder mit der Cam reinrollen! Alles klar! Man hat's einfach nicht mit... Krämer, du kannst mich doch retten! Krämer, Sledge ist oben! In der Küche! Das Kiel ist einfach! Du brauchst mich! Danke! Ist das klapp... Ich kann Call, wenn sie droppen die Drohnen gerade! Ich aim nur Constructionside ab! Geh mal bei dir ist ein Drohnen, oder? Hä? Ah! Die machen den Gang über euch auf, die hier zwischen A und B! Im Kellereingang ist jemand! Push drüber zu dem Seitenraum bei A! Einer gedroppt! Sledge hinter der Bombe! Anbringen! Weiß nicht, wie... Ich will... Ich will... Entschuldigung! Hä? Von wo hat... Bei den... Hibana oben, oder was? Das ist jetzt! Nice! Christel, in der Ecke ist Hibana! Und du hast abgelehnt von der anderen Tür! Sie plantet! Von der anderen Tür! Einer ist dann am... Rotation Hall! Halt die Cam endlich mittig! Mario, meine Fresse! Nice! Letzter ist dann... Church! Wie nennt man den? Rotation Hall! Hä? Wie rot! Äh, Joe, der... Stell dir noch! Der guckt zu dir! No! Ha! Der MVP, alter! Uff! Danke für den Rival! Weil ich ihn aufgehoben hab! Ja! Ne! Huuu! Und dir das Ace... Vermasselt hab! Hahahaha! Ach du es, Mann! Nicht ich! Juhu! Ach, das ist mir egal, ey! Huuu! Zuck, ey! Nein, weil er hat oder Bart! Bart wollte ich nicht jetzt irgendwie machen... Ne, ich gebe was anderes! Links! Hahahaha! Boah! Wie noch kassiert! Geil! Geil, Vichy! Alter! Das war Karma! Dafür, dass wir immer rausspringen... Ah, dieser Jax war klar, ne? Ich gehe nach links, sehe ich nichts... Das ist okay... Da konnte ich nicht weiterfahren... Alles klar! Nein! Aber drei Leute gebessert! Was ging ab? Ich gehe nach unten! Ich gehe nach unten! Es kommt nichtruh! Töne, Wisch! Ich gehe nach unten! Ja! Ich gehe nach unten! Das ta represents nach unten! Ich krieg's da nicht hin. Ja, boom. Hoppa. Switch. Okay. Was? Als ob. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn hier? Kindergarten. Wir port 1, wir port 2. Oh Gott! Push durch! Oh ja. Das war zu spät leider. Was? Ich hatte ja Corel Mist, sorry. War ein bisschen überrascht, dass der Scheiß kam. Blendet der? Ja, blendet der Opfer für B. Helix, 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 Helix. Helix, Helix. Helix, 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 Helix. Dahinter, genau. Helix. Was? Also, mit deinen Entscheidungen die Pistole zu nehmen, bin ich einverstanden, weil du kannst es, aber nimm trotzdem das LMG. Die Shotgun ist scheiße, ist mir scheißegal. Ne, 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 ich hab gerade nen P-Call gemacht. Ich hab mit ihr nen P-Call gemacht. Ich weiß, ich hab's gesehen, aber nein. Ich geh da nicht akkord mit. Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Ich tänze mit der Gänse. Ähm. Du findest du so verleistet? Nein. Lass mich. Oh mein Gott.